Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Word Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr das Seitenformat innerhalb eines Dokuments wechseln könnt. Sprich zum Beispiel hier diese Seite 1 soll Hochformat bleiben und Seite 2 Querformat. Normalerweise kann man hier bei Layout die Ausrichtung einstellen, entweder Hochformat oder Querformat. Mache ich das hier, dann sehe ich schon, alle beide Seiten ändern sich entsprechend. Das möchte ich natürlich nicht. Und dafür gibt es eine ganz einfache Lösung und zwar gehe ich hier ans Ende von meiner Seite 1, beziehungsweise die Seite, die eben noch das eine Format haben soll und die nächste Seite soll ein anderes Format haben. Also hier an der Stelle setze ich meinen Cursor ganz ans Ende und gehe dann auf Layout, Umbrüche und mache einen Abschnittsumbruch und zwar die nächste Seite. Danach springt hier mein Cursor an den Anfang von meiner Seite 2. Hier diese Leerseite kann ich einfach mit Entfernen rauslöschen. Und nun habe ich hier so einen Seitenumbruch. Der ist hier ausgeblendet. Wenn ich hier dann zum Beispiel auf Start gehe und mir hier diese versteckten Zeichen, diese Formatierungssymbole anzeigen lasse, dann sehe ich hier, mein entsprechender Abschnittswechsel ist gesetzt. Und das ist eigentlich alles, was ich brauche. Denn wenn ich nun hier den Cursor irgendwo auf meiner Seite 2 setze und dann auf Layout gehe und die Ausrichtung auf Querformat stelle, dann sehe ich, dieser Abschnitt 2 hier, der hat jetzt eben Querformat und Abschnitt 1 hat Hochformat. Entsprechend, wenn ich jetzt zum Beispiel auch eine Seite 3 erstelle, sehe ich, die ist auch entsprechend im Querformat angelegt. Ja, so einfach funktioniert es. So einfach kann man eben das Seitenformat innerhalb des gleichen Dokuments von Hoch zu Querformat wechseln. Beziehungsweise ich könnte hier jetzt natürlich am Ende nochmal einen Abschnitt machen und dann wieder auf Hochformat switchen. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch damit etwas beibringen. Bis dann. Tschö.